Ungewechselt, wieder wissen wir es nicht. Wir sind wieder am Apparat. 2-0. Was für ein Apparat! Tina Surf. Oh, geiler Touch. Ja. Die Brake macht man sehr schnell. Theresa hat sehr deutsche Sprache. Und demnach müssen wir... Englisch babbeln. Oh, schöner Touch-Honora. Tina. Ah! Oh mein Gott. Was war das? Ein sehr schöner kurzer mit einem Foot-Fault. Hoch hier, Hefty, hoch wie ein echter Gentleman. Und wie sind wir da im Spiel? Schönes Set von Resi. Ist der mit hoch? Ich glaub da wäre ein Touch möglich gewesen. Und der Lefty-Surf. Hab's ihnen gesagt, der kommt. Bumpt. Schöner Set von Resi. Oh, ein Drop. Wow! Wow! Der Lefty. Auch durch. Und... Gesehen habe... Ist das... No Ampere im zweiten Satz kommen. Und dann im dritten... Das könnte hier noch durchaus... Irritiert. Es geht weiter. Es geht weiter. Wäre sehr frech. Aber auch geil. Oh, der Reverse. Oh, der Reverse. Oh! Und sie wird weg. Oh! Nein. Oh! Nein! Er cuttet! Pass auf! Oh! Händer! Oh! da ist der... Oh my God. Man kann mal direkt. Mein Zauberstab auf. Es ist ein guter Zauber. I frag mich, ob er in die richtige Richtung unterwegs war. meinerseits zu werten und dabei wir freuen uns nicht in hinter zu können zu spielen und er lässt die reverse aber gerade um die anderen gebringt ganz entspannt und fabi haben da gewonnen ich möchte euch einmal hier präsentieren der abschluss mindestens genauso hoch und das auch hoch und resi hat ihn auf zu schmatzen oh mein gott mit einem hit auf zu danke samuel fürs feedback lieben wir oh mein gott was drin sein wenn die jetzt hier schöner surf den habe ich noch nicht die schmeißt nicht geil ob am surf oder ist gut der war geil sehr gut der scheiß daumen war das drauf erhebt die hände hit und touch ist da von nur termabschluss resi hat das resi schließt ab sehr fein das wirklich sehr sehr gut sehr kritisch und gelesen und da wir müssen uns ja auch mal ein bisschen spaß können jetzt da könnte man schon fast resignieren oh resi resigniert und es geht weiter der ist drauf oh resi resigniert nicht der ist gut das war sehr synchron das war ganz schön krise und der tat schon wieder den hat sie geübt der pause der hat ihn gesehen der ist drauf der ist gut der ist gut wir wollen es sehen aber irgendwer hat was gewonnen finden wir gut geben wir erst kurz popa auf zwei nur raster auch wichtig zu sagen als team nie um wird hier prognostiziert aber uns bleibt nichts anderes übrig als das abzuwarten die gewisse überforderung der turnier auger gespielt oh mein gott das kann nicht sein jetzt hier zum entscheiden habe ich hab hier das netz ne 67 sorry der war laut und perfekt dass er rein fällt und fällt doch nicht rein dann top sie das genau muss man ihn lassen wow schöner serve der receive und der hit und oh der ist ein block und er geht drauf und er ist lupe ausgepackt war direkt davor der lefty wo spielen sie den wow ok 9 9 hier oder oder nur und warnen zur helligkeit das und dann nochmal ein bisschen dunkler und wartet noch kurz damit er auf kamera ist deutsch sind wirklich deutsch und humor aufgelegt noch mal ja der ist gut der war gut und er hat den nicht von fabi der komplett wild jetzt machen oder riesen doppel fehler hat die backhand dass er sie da kommt das kopf und romant in touch und resi kommt nicht mehr dran ich habe es gesagt hat von ihm kurzer auf die linke auf 2 und per strand und springt da wie ein tier ganz stark von norra wo zu warten mit seiner prediction und alt haben die hier in freien über das geschaut wird junger alter fahrer war der schnell alles alter was ist hier mit robalos sowas von und feiern mannach ganz souverän ohne foot fault wir haben es immer wäre es was war gemeint warte wenn wir jetzt hier abstimmung wird zu gemacht auch nicht nur weil es hier krimi ist und unter platz eins ist leipzig hat es drei jahre konnte drop und essen sein soweit ich weiß und die backhand zwei punkten gestochen ich lebe tatsächlich unter einem stein auf basalt in der kasse und erhielt man backflip man und der backspin war der kohle ich glaube der kohle war es auch stimmt ne der kohle davor einfach nur ein rip einfach nur schön viel topstum drauf hat er wer ist da sie ist da sie liegt das hätte es mir und komper alkoholfrei auch sehr lecker oder lefty von rinne sagen was da mit der defense und das ist am apparat auf über spielt die qualität gut das konzentriert das was ein immer noch das beste was ein block und das hat es relativ hoch wir haben wieder spannendes game 11 11 der reverse schön angenommen und der muss nach vorne raus der muss gut gespielt sonst lebt der oder geht gegen den rand nicht einfach nicht hier wurde ein drittel der coins auf supernore geworfen die hände zum himmel hat alles hier drei per am apparat jetzt kommt der touch von nora das set doch schon richtig sauer aber es ist hier mit einem da kann ich einfach war sie sie kurz noch auf und das hat schon gehen auf reese und der wie was Und der Hintergrund! Hatschuh! Hatschuh! Und? Boah! Boah. Ein paar der neueren Spieler. Erinnerung. Auf dem Gessel. Also. Torer spielen drauf. Guter Hit. Der Soft. Let's go! Abschütteln. Und surft hier mit dem... Boah, das Set war wild. Der ist nicht ein. Das war's. Regular Goofies sind hier extrem stark im dritten Satz. Für die extrem starken. Robert hat hier wirklich alles ausgepackt. Richtig guter Service. Rezi hat auch noch mitgemacht.